Die Kinderarztpraxis in der DonauCity, die als Gruppenpraxis Dr. Dr. Peter Feutel und Partner gemeinsam mit Dr. Verena Schneeberger geführt wird, bietet seinen jungen und jüngsten Patienten alle Vorteile der Gemeinschaftspraxis. Mehr Ärzte decken zum Beispiel das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde ab. Primarius Dr. Feutel war lange Zeit Leiter der Kinderkardiologie und der Kinderintensivstation am SMZ Ost. Zur Diagnose stehen ihm und seinem Team mittlerweile neben einem Ultraschall, zum Beispiel auch EEG und EKG zur Verfügung. Mehr Ärzte bedeutet auch längere Öffnungszeiten, auch am Wochenende das ganze Jahr hindurch. Neu und einzigartig ist der eigene Kinderspielplatz vor der Ordination. Die Gruppenpraxis Dr. Peter Feutel wird von Dr. Verena Schneeberger und ihm selbst geführt. Für größere Kids gibt es sogar eigene Kindersprechstunden.